Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Es geht wieder weiter. Wir sind hier oben aktuell auf dem Todesberg. Wundert euch nicht, ich bin gerade hier hingelaufen, denn ich habe noch einen Plan, wie wir vielleicht ein paar Items bekommen können. Dafür muss kurz Nacht werden und sobald Nacht ist, werde ich dann mit der Eule nochmal nach Kakariko fliegen. Und werde dann einerseits eine Skulti auf dem Dach hoffentlich bekommen können. Und andererseits hoffe ich, dass die Grabräbertur stattfindet und wir bei Boris ins Haus gehen können und da nochmal einkaufen gehen können. Das sind gerade die zwei Sachen, die ich hoffe. Und dementsprechend spreche ich hier mal die Eule an und wir fliegen mal ganz kurz nach Kakariko bei Nacht. So, aber ich glaube die Skulti existiert nicht als Kind. Schade. Ja, ich dachte wir hätten die hier erholen können, aber ne, die existiert leider nicht als Kind. Äh, was waren hier drin eigentlich? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ah ja, das Zelt. Perfekt. Gut, dann hat sich das auch schon erledigt. Hätte ja sein können, dass hier noch was ist. Aber da müssen wir als Erwachsener hin. Pfade eigentlich. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal auf den Friedhof. Ich hoffe, Boris ist gerade da, damit wir in sein Haus reingehen können. Jo, er ist da. Boris ist am Start. Denn wir wollten uns ja mal die Feuerrüstung kaufen, die Gronenrüstung. Und das können wir hier machen. Und ich will mal gucken, ob ich die anziehen kann als Kind. So, Gronen-Tunik ist am Start. Äh, kann ich die irgendwo equippen? Jo, hier. Aber, ach so, okay. Gronen-Tunik erstmal. Would you like to buy something? Nö. Danke. Kann ich die jetzt ausrüsten? Das kann ich machen. Geil. Auch schön in weiß. Find ich gut. No, perfekt. Ja, cool. Dann könnten wir jetzt theoretisch also in den, ja, auf dem Feuerberg, auf dem Todesberg und könnten da mal ein bisschen umherwuseln quasi. Ist eine schöne Idee. Können wir mal versuchen, ob wir da irgendwie in Richtung Feuertempel gelangen. Fände ich cool. Gibt es nämlich auch einige Items. Gut. Aber jetzt würde ich sagen, geht es erst nochmal nach Majora's Mask. Denn, was haben wir vorhin in Majora's Mask? Ähm, einerseits können wir die Mondträne weitergeben. Das war es aber eigentlich auch schon. Mondträne. Ja, Mondträne und dann war es das auch schon. So, jetzt ist hier gerade Nacht und ich will eigentlich nicht, dass ihr schon wieder warten müsst. Dementsprechend würde ich sagen, ich skippe mal kurz, bis hier wieder Tag ist und die Tore runtergelassen werden. So, und da ist es auch schon Tag. Alles klar. Jo, auf nach Majora's Mask würde ich sagen. Übrigens, ich denke auch, dass wir eine Einstellung haben, wenn wir den Maskenladen bei Nacht betreten, dass dann was anderes passiert. Ich glaube nämlich, dann kommen wir in den Masken-Shop direkt rein. Das glaube ich zumindest. Äh, will ich mal demnächst ausprobieren. So, erstmal Majora's Mask. Wir sind, glaube ich, gerade in der Zeit von den letzten 5 Minuten. 4 Minuten sind es sogar nur. Und wir haben aktuell hier die Mondträne am Start. Äh, wie wechsle ich das denn? Das ist eine sehr gute Frage, wie ich das wechsle. Ich dachte eigentlich so. Hä? Hä, bin ich doof? Ah, hier. Okay, alles klar. Gut, dann, äh, guck mal. Ich hab da eine Mondträne. Ja, die Mondträne. Und? Der zweite Schlüssel für den Geistertempel. Ja, okay. Das ergibt sogar Sinn. Dann können wir ja direkt wieder zurückgehen. Ja, nice. Ja, da gibt's jetzt eine Blumeflerei. Aber das bringt mir persönlich eher weniger. Wenn ich ehrlich bin. Ja, wollen wir das nochmal kurz ausprobieren. Also theoretisch können wir jetzt wieder in den Geistertempel rein. Und könnten da vielleicht noch ein Item absahnen. Aber ich würd gern mal ausprobieren, was passiert, wenn wir hier bei Nacht reingehen. Ob das wirklich anders ist. Ich hab das so irgendwie im Hinterkopf, als ob das so wäre. Als ob ich das in den Einstellungen irgendwo gelesen habe. Dementsprechend, ich würd hier auch nochmal einen ganz kurzen Cut machen, äh, wenn wieder Nacht ist. Bis gleich. Und da ist es auch schon Nacht, liebe Leute. Also zumindest muss nur noch der Wolf heulen. Und dann sollte es losgehen. Ja. 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 Perfekt. Okay, ähm. Eine Frage, die ich mir auch stelle. Können wir denn eigentlich das Masterschwert jetzt zurückbringen? Oder haben wir jetzt das Masterschwert? Komische Frage, glaub ich. Nee, okay. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Alles klar. Also, wenn Nacht ist, ist nichts anderes. Gut. Dann hätte ich jetzt gesagt, wir... ...teleportieren uns mal ganz kurz in die verlorenen Wälder. Ich hab nämlich noch eine andere Idee gerade bekommen. Ähm. So. Denn, äh, ihr erinnert euch vielleicht, wir haben da noch diesen einen Raum mit diesen komischen Steinen, wo das heiße Quellwasser war. Wir haben ja jetzt in Majora's Mask ein paar Bomben, ein paar Grappelminen, fünf Stück. Da könnten wir jetzt nochmal diese Steine wegschließen und gucken, ob da vielleicht was Schönes bei rauskommt. Wäre jetzt nochmal so eine Idee für, von mir. Ich hab nämlich schon nachgeschaut, dieser Raum war in den verlorenen Wäldern. Und da werde ich nochmal ganz kurz vorbeigucken. Ähm. In der Hoffnung, dass da vielleicht was Schönes drunter ist. Und ansonsten, geh mal wieder in den Geistertempel. War das hier? War das denn direkt hier? Jo. Den Raum mein ich. Und, äh, wir haben jetzt hier fünf Grappelminen. Sind auch fünf Steine. Ich hoffe, das reicht. Da war nix drunter. Fetter Degustick. Ich weiß gar nicht, ob da allgemein überhaupt was drunter ist. Doch, guck mal, da ist ne Schatzkiste. Jo, schön. Yay. Das hat sich ja gelohnt. Ja, das hat sich total gelohnt. Ja, okay. Alles klar. Und raus hier. Shit, ey. Wir haben halt auch nur drei Minuten, ne? Gut, dann, äh, ja. Geistertempel. Let's go. Frage ist halt, bekommen wir da was Gutes? Da gibt's halt auch nur ein Item jetzt, theoretisch. Und ich lege jetzt meine ganze Hoffnung halt in dieses eine Item. Theoretisch bekommt man dort die Krafthandschuhe. Ja. Theoretisch bekommt man dort die Krafthandschuhe. Ob die jetzt auch so dort sind, wage ich zu bezweifeln. Aber es ist aktuell so ein bisschen unser einziger Anhaltspunkt, sag ich mal. Ansonsten hätten wir jetzt halt auch die, aua, den Feuertempel, den wir vielleicht irgendwie erreichen könnten. Aber halt auch nur vielleicht. Und wenn halt alle Stricke reißen, müssen wir in Majora's Mask halt wirklich zurückreißen, ne? Dann ist das halt so. Dann müssen wir gucken, dass wir irgendwelche Quests erfüllen in Majora's Mask, die wir jetzt bisher noch nicht erfüllt haben. Und irgendwo vielleicht die Stadturkunde abgreifen können, damit wir zumindest erstmal... Damit wir zumindest erstmal... Ähm... Ja, die Ocarina bekommen, damit wir die Zeit verlangsamen können. Das wäre dann schon mal ein Riesenvorteil. Okay, warte mal. Was hat denn die Tür aufgemacht? Alles klar, verstehe. So. Wir brauchen einmal ein paar Krabbelminen, bitte. Viele Krabbelminen wir ja auch einfach haben, ey. Das ist unglaublich. Ja, das ist halt irgendwie blöd gemacht, ne? Dass wir jetzt den kleinen Schlüssel bekommen. Ist quasi so ein Hin- und Hergelaufen. Ist irgendwie ein bisschen komisch gemacht, finde ich. So. Weil wir haben ja auch die Mondträne hier bekommen. Und dann sind wir mit der Mondträne zurückgegangen, haben wir einen kleinen Schlüssel bekommen. Und jetzt müssen wir wieder hierher latschen. Um den kleinen Schlüssel zu benutzen. Ist ein ziemliches Hin und Her. Aber naja. Wir sind mal nicht so. Und hoffen, es geht gut weiter. So, theoretisch ist es ja nur der eine Raum noch und dann sind wir fertig. Okay, let's go. Genau. Und hier müsste es jetzt eigentlich zu einem Eisenritter gehen. Theoretisch. Da ist er, unser Freund. Hi. Wow, wow. Ich glaube, wir sollten auf Nummer sicher gehen. Ist mir lieber. Wir gehen hier auf Nummer sicher. Okay. Sehr schön. Zwei Treffer und ich wäre tot gewesen. Also, jetzt noch. Ein Treffer. So, und jetzt geht es nämlich auch schon raus. Wir bekommen eine Schatzkiste. Eine kleine. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich kriege einen scheiß grünen Rubin. Da liegen auch nur 20 Rubine. Und ansonsten, jo. War es das halt auch, ne? Okay. Hat sich ja total gelohnt. Aber zumindest wissen wir jetzt, dass da nichts mehr war. Wow. Okay, was können wir denn noch machen? Also, ich bin jetzt gerade wirklich so, dass ich sage, ich will vielleicht wirklich mal im Todesgrader versuchen, da irgendwie... ...mich rüber zum Feuertempel zu backen. Hmm. Deswegen, ich gehe nochmal in die verlorenen Wälder und werde nochmal den Todesberg besteigen. Das ist der Plan. Aktuell sind wir wirklich so ein bisschen nahe. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, ne? Aktuell fehlen uns so ein bisschen... ...Sachen. Theoretisch fehlen uns nur so einzelne Sachen. Ein Dekoschild. Ein Dekoschild würde uns sehr weit abbringen. Wir könnten den neuen Dungeon betreten. Könnten den auch komplett machen. Theoretisch. Was fehlten uns noch? Was könnten wir noch gebrauchen? Was war komplett... ...ne Flasche mit... ...dem Brief von Rudo. Damit könnten wir auch komplett eskalieren. Ähm... Mit einer Magieranzeige für Majora's Mask können wir auch richtig viel machen. Mit Zeldas Wiegenlied könnten wir richtig viel machen. Und alle solche Sachen. Hm. Na gut. Gehen wir erstmal hier rein. Wir haben jetzt halt das Corona-Armband. Das nützt mir halt persönlich jetzt gar nichts. Weil ich habe ja schon die ganze Zeit Bomben. Warte mal. Hier nehme ich ein paar Items mit. Oder Geld. Okay. So langsam brauchen wir wieder ein bisschen Kohle. Ja, ihr habt mir schon erzählt, dass hier ist ja die Sims-Musik, ne? Steht ja auch da oben. Logischerweise. Ich gucke nur immer nicht drauf. Gut, wir erklimmen noch mal den Todesberg, Leute. Hm. Wir erklimmen noch einmal den Todesberg. Und gucken mal, ob wir uns irgendwie auf eine ganz merkwürdige Art und Weise zum Feuertempel backen können. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wir probieren es mal. Aber hier war auf jeden Fall auch nichts, denke ich. Sonst hätte ich es schon gekauft. Deku-Schild brauche ich halt unbedingt, ey. Gibt so viele einzelne Items, die mir krass was nutzen würden. Vielleicht sind ja auch irgendwo noch einzelne Rubine, die einfach irgendwo rumstehen. Die halt ein krasses Item enthalten. Das kann halt auch alles sein, ne? Geht ja zum Glück alles ganz schnell. Und wir hoffen einfach mal das Beste, dass wir im Todesgrad da was Schönes auf die Ketten bekommen. Gut, äh, Part geht auch nicht mehr so lange. Ja, ich will halt nur sagen, ne? Wenn wir das jetzt nicht irgendwie hinkriegen, dass wir irgendwo noch ein schönes Item bekommen, dann müssen wir halt den Majora's Mask echt, äh... So, das war eine Fee. Ähm, die Zeit totlaufen lassen. Und dann hoffen, dass der nächste Tagesrhythmus halt besser wird. Okay. Also an sich, so viel Spielraum hat man hier gar nicht. Ich könnte hier rüberspringen. Ich glaube aber nicht, dass das viel bringt. Nee. Das bringt schon mal gar nichts. Und das macht, glaube ich, ein Herz Schaden, ne? Hat das ein Herz Schaden gemacht? I'm not sure. Mach hier ein paar Herzchen. Und... Ich glaube, wir kommen da nicht rüber, Leute. Ich glaube, mit den Hoverboots könnte es vielleicht was werden. Hi. Was hast du Schönes? Pfeile. Braucht keiner. Sorry. Herzen lässt er auch nicht fallen. Ja, ich glaube, wir können uns auch hier nicht festhalten. Ich kann es ja nochmal probieren. Ne. Das wird leider nichts. Ja, sorry, Leute. Dann, äh... Majora's Mask. Sieht wohl so aus. Als ob wir da weitermachen müssen. Okay. Also in Ocarina of Time weiß ich gerade nicht mehr, was ich machen soll. Bin ich ehrlich mit euch. Was mir gerade noch einfällt. Was man vielleicht noch machen könnte. Sich das Item hier oben holen. Aber das war, glaube ich, jetzt auch nichts so krasses, dass ich da jetzt unbedingt... Das waren 100 Rubine. Okay. Ne. Brauche ich auch nicht. Ne. Es muss in Majora's Mask erstmal weitergehen, Leute. Glaube ich zumindest. Ich... Weiß zumindest nicht, was ich jetzt in Ocarina of Time noch machen soll. Ich bin gerade am grübeln und nachdenken, aber mir fällt nichts ein. Shit. Shit, shit, shit. Schade eigentlich. Es läuft echt gut. In Ocarina of Time. Aber jetzt ist wahrscheinlich Majora's Mask wirklich erstmal dran. Und da bin ich spielschwach. Da bin ich echt spielschwach. Aber selbst in Majora's Mask gibt es jetzt nicht so viele Dinge, die wir machen können, glaube ich. Wir gucken jetzt erstmal, was passiert, wenn die Zeit abläuft. Ich werde auch mal hoch zum Horror-Kit gehen, damit wir das auch mal gemacht haben. Einfach mal gucken, was der da so treibt. Theoretisch bekommt man ja von dem auch ein Item. Theoretisch. Aber... Wir haben auch nichts, um den abzuschießen. Theoretisch. 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 Was könnte man denn hier noch machen? Kann man hier überhaupt noch was machen? Ich habe eine Idee. Klar, man kann doch noch zu dem Schwertmeister... Ach, warte mal. Das ist ja alles getauscht. Wir können nicht zum Schwertmeister. Der Schwertmeister hat ja auch am letzten Tag krasse Sachen versteckt. Falls ihr euch erinnert. Der ist ja auch richtig krass drauf. Aber theoretisch kann ich bei ihm reingehen. War ich bei dem überhaupt schon mal drin? Ach ja, das ist Bogenschießspiel. Kann ich mal spielen? Ah, okay. Da brauche ich wirklich einen Bogen. Das ist ja krass. In Ocarina of Time geht es ja so. Oh, bei dem kann ich auch reingehen. Ach, das ist ja kuriositätenladen. Sorry. Stimmt, der hat ja auch am letzten Tag was, ne? Ja, ein Bombback. Das ist kein Bombback. Check the Bargain. Smarky Forest. Ja, komm, nehmen wir mit. Ist das jetzt das Item, was man dann von der Oma bekommen würde? Ja, ich glaube schon, ne? Nehmen wir auf jeden Fall mit. 25 Rubin ist ja nix. Hätte der, hätte der noch ein anderes Item, wenn ich die Oma gerettet hätte? Ich glaube schon, ne? Ah ja. Normalerweise hätte der dann die Maske der Nacht. Aber jetzt ist es eine Bombentasche. Frage ist, hätte der, der hätte bestimmt nochmal ein anderes Item. Ich sollte auf jeden Fall noch das Geld ablegen. Das wäre, glaube ich, eine ganz nice Idee. Hier, das nutzt mir halt auch gar nix. Was war das denn? Da bräuchte ich theoretisch den Raum, wo der Deku-Kerl drin ist. Da könnte ich jetzt was... Ne, könnte ich auch nicht. Oh, Ikana. Brauche ja Ikana, das bringt mir ja auch nix. Ich lege mal mein ganzes Geld ab. Damit das wenigstens nicht verloren geht. 200 Rubine haben wir aktuell drauf. Und wir legen 1, 2, 3, 9, 2, weg damit. Hey, super. Noch einen grünen Rubine halten. Wahnsinn. Hey. Jo, können wir sonst noch was machen? Bin gerade am überlegen und überlegen. Ob es hier sonst noch irgendwelche Dinge gibt, die man holen kann? Was macht Carfai eigentlich in den letzten Stunden? Der ist eigentlich... Der ist eigentlich auch nicht zu Hause, ne? Theoretisch. Oh, mir fallen gerade noch ein paar Sachen ein. Ja, jetzt locket. Normalerweise hat man hier verschiedene Rubine unten liegen. Je nach Tageszyklus. Da sollte man vielleicht auch nochmal vorbeigucken. Erster Tag, zweiter Tag. Am zweiten Tag sind die dann, glaube ich, da. Aber ansonsten... Haben wir, glaube ich, jetzt auch nichts mehr, was wir noch machen können. Okay. Wollen wir nochmal zum Horror-Kit hochgehen? So, komm, das sammeln wir auch mal ein. Wir gucken uns nochmal das Horror-Kit an. Na toll. Zelda Spirit Tracks Musik. Ist ja alles schön und gut. Der hat auch noch meine Ocarina, aber ich habe nichts zum Abschießen. Scheiße. Ich kann den nicht abschießen. Das ist ärgerlich. Da könnte man so ein schönes Item holen, ne? Bei dem. Vielleicht schafft es ja ohne Linken zu reichen. Das war jetzt das, was ich bekommen habe. Wahnsinn. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir skippen nochmal kurz dahin. Zur letzten Minute. Denn ich kann sowieso hier nichts mehr ändern gerade. Und dann gucken wir mal, was passiert. Bis gleich. So, Leute. Die letzten Sekunden sind angebrochen. Und ich bin echt gespannt, was jetzt passieren wird. Und mit wie vielen Items wir wieder in den nächsten Tag starten. Das war's auf jeden Fall jetzt. So, was passiert? Theoretisch ist es ein Game Over, oder? Das sieht halt auch einfach so cool aus, ne? Eigentlich muss man sich das mal angucken, ne? Wie so die... Der Mond auf die Stadt fällt. Aber theoretisch ist damit ja die ganze Welt zerstört. Es ist ja nicht nur die Stadt, die kaputt geht. Mal ganz ehrlich, was ist denn... Der Krater... Das wird ein riesen Krater. Das geht ja nicht nur auf die Stadt. Oh! Was passiert denn jetzt? Achso. Autsch. Hahaha. Hahaha. Okay. Erster Tag. 72 Stunden verbleiben. Äh. Ähm. Warum haben wir jetzt die Landurkunde? Kann mir das mal jemand sagen? Seht ihr das hier? Ah, ich hab alle wieder. Ich kann alle... Ich... Was? Das ist ja geil. Also, ich verliere wirklich gar nichts. Ich hab auch den Schlüssel noch. Ich kann alle Items behalten. Hä? Wie gut ist das denn? Oh, das ist natürlich... Das macht es natürlich sehr viel einfacher. Ja, das ist schön. Da brauch ich echt gar keine Angst zu haben, dass irgendwas passiert. Ich dachte, ich verliere jetzt übelst die Sachen. Aber nee, das ist ja super. Da können wir jetzt schön neu anfangen. Geil. Leute? War ein krasser Part mit Überlänge. Ich hoffe, im nächsten Part können wir dann richtig schön rein starten. Und, äh... Ja. Hoffentlich mit ein bisschen Erfolg. Und so, ne? Das wär geil. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und bis zum nächsten Mal. Euer Zellderjunge. Tschüssi. Ehi. Bis zum nächsten Mal.